Unsere größten Herausforderungen vor der Einführung von Meisterplan war die Tatsache, dass wir viele Ressourcen in Excel verwaltet haben, was einen großer Aufwand darstellte, auch mit Zugriffskonflikten immer wieder Probleme generierte und einfach die Übersichtlichkeit und die Flexibilität nicht da war, die wir letzten Endes heutzutage brauchen. Der Vorteil im Gegensatz zu einer Excel-Lösung liegt vor allem darin, dass wir zum einen deutlich mehr Ressourcen jetzt übersichtlich verwalten können und auch über mehrere Standorte hinweg. Und der zweite Vorteil, den möchte ich gleich mit anschließen, ist, dass wir dann auch langfristig eine viel bessere Stellenplanung realisieren können, indem wir eben sehen, dass wir auch in einem halben Jahr, einem Jahr in Ressourcenengpässe laufen und die dann vorausschauend besetzen können. Auch im Management ist der Begriff Meisterplan immer schon wohlwollend aufgenommen, weil einfach eine verlässliche Planung dahinter steht. Das ist für unser Management sehr wichtig. Die Auswirkung, als wir Meisterplan eingeführt haben, war letztlich, dass wir schlagartig eine deutlich bessere Sichtbarkeit der einzelnen Entwicklungsprojekte bei uns hatten, inklusive der Auslastung aller Ressourcen. Wir konnten sehr schnell sehen und erkennen, welche Ressourcen überlastet waren, welche Ressourcen noch Kapazität haben gegebenenfalls und welche Projekte zeitlich vielleicht angepasst werden müssen, damit die Gesamtauslastung wieder stimmt. Ressourcen 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 Ressourcen